Die Wartung und meine ersten Gedanken waren, dass du ruhig fährst und trotzdem viel Leistung hast. Beide haben erfüllt. Ich bin Kevin Yenni, ich bin Lastwagenchauffeur und arbeite bei der Firma Camion Transport. Das Fahrgefühl mit einem elektrischen Lastwagen ist richtig geil. Damit er so schön hierher gleitet, weil du eigentlich gar keinen Diesler mehr fahren willst. Du hast gar keinen Ruckler mehr durch das Schalten. Das Einsatzgebiet von unserem elektrischen Lastwagen ist Stadt St. Gallen primär und die Umgebung noch dazu. Die Kabine ist wirklich sehr schön modern. Wir haben schöne Tablets, die sehr gut mit Touchscreen funktionieren. Und wir können alles sehr gut bedienen. Meine abschliessenden Worte sind eigentlich, dass ich elektrisch durchaus sehr sinnvoll finde für die Stadt. Und es macht wirklich viel Spass und ich empfehle es jedem mal zum Testen. Radies Benz. Trucks you can trust.